Diplom-Ingenieur Bernd Schumann ist Ihr öffentlich bestellter und vereidigter Kfz-Sachverständiger in Leipzig. Ob Gutachten für Kfz-Unfallschäden, Fahrzeugbewertungen, Oldtimer-Bewertungen nach Classic Data, Beweissicherungsgutachten oder Unfallrekonstruktion, Bernd Schumann steht Ihnen mit über 30 Jahren Erfahrung und breitem Fachwissen gerne zur Verfügung. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin.